Fliebertüt Dein Fliebertüt Mein Fliebertüt Kann fliegen, deshalb heißt es Flieh Kann auf dem Wasser schwimmen, deshalb heißt es Bar Kann auf der Straße fahren wie im Auto, deshalb heißt es Tüt Mein Fliebertüt Ist denn das Fliebertüt starkbereit? Funktioniert auf Knopfdruck Und wieder der Motor? Wie eine gehölte Nähmaschine